Ich kaufe mir ein Kleid von Christian Dior aus Paris. Es war einmal eine Frau, die ein recht bescheidenes Leben lebte. Aber das Schicksal hatte einen anderen Plan. Ich kaufe mir ein Kleid aus Paris. In der Sekunde, als ich sie sah, spürte ich diese Verbindung in meinem Herzen. Sie könnte sich keine schönere Reise erträumen. Das Leben ist nicht nur Liebe im Mondschein. Warum denn nicht? Ich dachte, dafür wäre es zu spät. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Mrs. Harris und ein Kleid von Dior. Jetzt nur im Kino.